Hallo zusammen, mein Name ist Luis. Ich mache meine Ausbildung als Kaufmann EFZ bei der KiBag in der Branche Bauern und Wohnen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen meinen Berufsalltag. Kommt mit! Tagtäglich wird viel gebaut und für das braucht es viel Beton. Meine Aufgabe im Verkauf ist es, dem Kunden für seine Baustelle den passenden Beton zu offerieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass es hunderte Rezepte gibt für eine Betonherstellung. Nebst der normalen Berufsschule besuche ich branchenspezifische Kürze bei der Baukette Schweiz. Spannend ist, dass ich dort Lernende kennenlerne von Lehrbetrieben, die ich täglich in meiner Arbeit zu tun habe. Die Branche Bauern und Wohnungen ist sehr vielseitig. In der Immobilienabteilung habe ich gelernt, was es braucht, um diverse Liegenschaften zu bewirtschaften. Hier sehen wir mein mitlernender Alessio, wie er mich in die Buchhaltung einführt. Das ist meine nächste Abteilung und bin gespannt, was alles auf mich zukommt. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen beruflichen Alltag gesehen. In drei verschiedenen Abteilungen, wie Verkauf, Immobilien oder Buchhaltung. Da seht ihr auch, was für eine Vielfalt an Arbeit wir hier haben. Ich habe euch das Interesse gewickt, dann bewerbe ich euch in der Branche Bauern und Wohnen.